mondringe hätten gerne sein dürfen also checkpoints vor dem mondring trotzdem wo das andere tier ist noch man kann auch sterben aber wenn es doch nicht schafft das deutsch schafft das schaut es ja der mein ich geschafft das die 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 das war knapp aber okay ok mondringe ich weiß paar positionen ok scheiße die dmd finde ich richtig schlimm ich weiß nicht gibt die nicht hin ich hoffe ich darf noch mal neue starten in diesem mond ringe ja ich darf ja auch neu starten weil ich wieder gestorben und dann will ich noch s rang holen ich bin ja schon wieder sechs minuten das ist das werden drei parts nur ein cyberspace level die die überhaupt spiel war nicht bei ansatzweise so lag nicht bei ansatzweise ich suche jetzt nicht nach dem tier nehmen ich mache die monge jetzt ich muss auch rausfinden wo das letzte tier ist das ist halt auch mist irgendwo hier muss das doch sein das letzte tier unter irgendein tunnel war es nicht wo der andere tunnel war aber naja so ist die stelle jetzt angenehm wenn man nichts mehr machen muss und gehen habt ihr auch so lange braucht für ein cyberspace wahrscheinlich nicht ich bin einfach nur wieder mal schlecht auch fies ist es sieht ein bisschen so aus als würde die schiene weitergehen dann fällt sie runter ok ok eigentlich ist der letzte dieser vierte mond ring das problem nur der vierte ich weiß auch nicht ob das auf zeit geht ja ist auf zeit und das problem ist man darf nicht neu starten und ich glaube das finde ich am schrecklichsten dass man nicht neu starten darf oder ich nehme einmal darf nicht neu starten sie zumindest auch keine mondringe mehr und ich finde das ein bisschen übel ich dachte man darf neu starten aber irgendwie darf man es nicht also wir sind zwar alle da der ist doch da habe ich habe ich nicht nehmen oder ich habe es nicht versucht der eigentlich hin ich verstehe das nicht warum wenn die mutige denn jetzt noch angezeigt ich die angeblich nicht mehr nehmen darf ich verwirrt das ist doch total dämlich dass der da verschwindet die nicht nach mich nervt das mich nervt es sehr okay und dass ich das level jedes mal neu starten muss nur um diesen eins zu bekommen und weil dieser sprung von der perspektive her richtig komisches ja mal gucken wie ich es bei den anderen cyber space level machen werde mit schneiden dann aber auch also ob ich überhaupt schneiden werde ich glaube das wird sonst bei den anderen viel zu lang dauern überhaupt irgendwas zu erreichen ist vielleicht auch überlegen muss ich vielleicht die taktik auch einfach sofort ändere gut ich mache jetzt mal neben die beiden nebenbei bis noch ich probiere die tiere zu machen ich muss ja trotzdem herausfinden wo dieses letzte tier ist und ich vermute mal das wird zwischen den beiden sein weil sonst wird es ja sicher zweites angezeigt werden oder also das würde ich bis ein bisschen unfair finden weil sonst bestimmt die reihenfolge auch immer gut tier nummer eins geschafft das wird hier nummer zwei finden muss ja jetzt irgendwo zwischen den beiden ebenen passieren ich werde so nicht dahin lang gehen wird auch unten gehen wir hoffen dass ich runterfalle die kameras müsst aber man kann kamera bitte aufhören so scheiße zu sein aufhör bitte aufhören haben die da hinten geguckt die kamera ist wie immer top wirklich das ist nur ein anderer weg okay ich glaube da war ich aber schon mal aber dann hier jeder da ist das tier das ist hier ok das so böse das hat sich gut unter den autos versteckt ok ja ok ja 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 ok aber das sehe ich ist es ok vielleicht schafft auch die mondringe nebenbei das geht aber tatsächlich und ich beschwere mich nicht also egal was bei dem mondring nachher passieren wird ich werde ich werde im ziel gehen dann werde ich ein s-rang probieren und nebenbei vielleicht probieren die mondräge zusammen war hier unter dem tunnel ich darf die kamera nicht bewegen deswegen keine ahnung ich weiß es nicht nein hier ist anscheinend nicht der tunnel da müsste ich gleich bekommen warte 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 nein das ist nicht der tunnel das ist nicht der tunnel sonic aufhören sonic nein aus aus ich bin kein hund da bin ich so sicher vielleicht bist du doch ein hund wussten ja wo ist dieser tunnel der müsste irgendwann mal kommen jeder sagt ok also er ist ja nicht verkackern ich kann immer wieder zurück und neu starten im gegensatz zu dem mondringen da darf ich es nicht also alles gleichzeitig könnte ich übrigens nicht machen das würde ich auch nicht machen wollen das ging schon geschafft geschafft ist noch ein ziel oder noch die mondringe probieren aber da sterbe ich eigentlich nicht eigentlich betonung auf eigentlich schmerz okay die nächste challenge alles wird gut scheffen und es wird gut alles wird gut gute gute okay macht die geile sorgen alles fein gut das war nicht fein okay next try ich habe es geschafft ich habe es geschafft ok 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 jetzt noch ein ziel nur noch ziel nein gut alles abgeschlossen schließt alle vier missionen ab perfekt jetzt holen wir uns noch den s rang okay ich finde so ein bisschen komisch dass es keine mission ist aber ja so ein ganzer ganzer part sei was bei ist ein ganzer part lang das finde ich schön ich hoffe die zwei minuten sind nicht zu streng gemessen ich hoffe es zumindest weil sonst kann es vielleicht privat machen also der s rang ist es nicht das wichtigste obwohl wir sind schon bei 30 sekunden das heißt nichts das heißt nichts ich habe der obere wicker immer schneller der war immer schneller da wäre so nicht die tiere berühren ist ein bisschen fatal ich mag den soundtrack wirklich das gut gibt es noch nicht mehr bei einer minute okay wir können es schaffen wir anhalten mal ganz kurz man verliert halt sehr viel zeit wieder was was zwei minuten oder zwei minuten 10 stadt zwar zwei minuten 10 und runter sagt darunter unter unnötig zeit verloren zu knapp zu sehr knapp also in 2 10 es schaffe es bei zwei ich meine wir sind ja schon bei dem mundringen das ist ja eigentlich ein gutes zeichen einfach durch ich riskiere gerade viel ich riskiere sehr viel bitte seit 2 10 seit 2 10 nicht 2 nicht 2 2 10 oder 1 cyberspace level das war eines ich bin gerade ein bisschen sprachlos ok ich bin schon dass wir im wirbel springen lernen dürfen ja gut das gehe ich hin die ladezeit ist ein bisschen lang finde ich ein bisschen sehr lang ich habe alle sterne bekommen aber das war das war wirklich sehr sehr lang sehr sehr lang ich bin ein bisschen ein bisschen verstört ok ich weiß doch nicht welchen nutzen die haben vielleicht ein paar andere chaos emerald noch vier ausschau gucken was sind die denn das klingt ja so nach turm ok aber was bringen die denn sind die jetzt für die türme also ich würde sagen ja das war ein cyberspace level ein einziges na gut zu welchem turm muss ich denn jetzt eigentlich hin da hinten ok gehen wir mal zu diesem turm da hin und machen mal weiter mit der story wir würden vielleicht noch irgendwas sinnvolles erreicht haben in diesem part ist das der turm? das scheint der turm zu sein na gut wie starte ich den turm denn? also das wird der turm sein oder? das scheint der zu sein jetzt aber noch ein Rätsel in der Nähe wo denn? aber das Rätsel würde ich eigentlich noch gerne machen ach das war das Duckels Rätsel oder? nein 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 ich will das nicht nein hör ne das ist ein anderes oder? ne das ist das Duckels das kann ich doch gar nicht machen ich bin dumm okay ich bin dumm dumm bin ich ich hasse das Sonic nicht hoch will warte nein Sonic will da nicht hoch egal was ich mache jetzt muss ich mir einen anderen Weg durchsuchen wieder nach oben aber ja die Cyberspace Level sind wirklich gigantisch geworden ich darf jetzt wieder nicht mehr auf die Karte gucken kann ich das irgendwie abbrechen? nein okay wo ist denn jetzt der Turm? das ist der Turm okay ich muss trotzdem meinen Anfang finden ich würde sagen hier ist ein guter Anfang nein das ist Sonic gedasht also nicht gedasht er ist gerutscht weil ich dachte ich mache jetzt eine Stampfattacke aber naja war ein bisschen zu spät na gut erinnert mich ein bisschen sehr an die neuen Koglu und das ist hier das hier ist viel härter die Kamera die kann gerne netter werden das ist wirklich wie so eine Koglu Challenge ja das ist mir egal komm bis jetzt läuft es ja noch bis jetzt ich muss mich wieder an den normalen Sprung gewöhnen dass Sonic ja jetzt vorne die ganze Zeit Moonshamp wesig war okay ja toll noch mehr schräge Kistenplattformen obwohl es noch geht noch geht noch geht es noch noch geht es noch geht es los Sonic wir schaffen das sind da Abgründe gewesen da war ein Abgrund das war voll fies weißt du nicht dass da Abgründe sind ich glaube wir müssen doch erstmal die Kiste aktivieren nett sehr nett nein Sonic hör auf du machst nicht den Dropdash ich muss noch die Kiste kaputt machen das ist eine Anspannung ich habe es mir beabsichtig keine Stammattacke gemacht weil ich irgendwie eine Ahnung hatte dass da vielleicht irgendeine Falle sein könnte ich meine kann ja wirklich sein obwohl jetzt nicht mehr jetzt ist eigentlich alles safe jetzt nicht mehr jetzt wo ich hier bin das passt doch alles rüber hier was ist das nein hör auf wow wir wollen jetzt Sonic wieder den Dropdash eingesetzt oder ja ich muss auf die Kiste rauf okay ich liebe diese Abgründe nicht können die weg bitte nein das gehe ich aber hin was ist denn das jetzt schon wieder auf den Kisten bin ich safe hier oder okay Lage checken die Kisten ganz oben okay nein 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 ich muss irgendwo landen 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 oh ich bin perfekt durchs Loch gefallen das kann doch jetzt nicht sein nein ich bin doch da ich bin doch da ich habe nicht damit gerecht dass ich die explosion noch erwischt aber ich hätte wirklich damit recht ich hätte ich untergehen sollen von der plattform einfach nach ganz unten abwarten bis alles explodiert ich weiß nicht weiter gefallen bin aber naja es geht es geht ja noch alles noch lebe ich und ich bin ja nicht so weit runter gefallen also schon ein stück aber ich würde sagen ist noch gut ertragbar und manche fanden ja realen schwer und wir eilen ja noch vom runterfallen aber kam ja checkpoints hier aber nicht okay war ja genau okay aber die sachen bleiben explodiert das erste okay ich muss es nur wieder dass das ging ja hier aber noch das ja war ja noch angenehm das hätte ich ja sogar sogar noch so geschafft entschuldigung aber nee das ist das ist doch jetzt ist unfair oder also darf ich das nicht mehr machen das ist schon ein bisschen kacke jetzt mache ich denn das jetzt ich finde hätten nochmal respawn dürfen aber ja jetzt habe ich ganz verkackt nee das problem ist einfach dass ich jetzt nicht mehr wie mache ich das denn jetzt also ich kann natürlich probieren auf diesen kanten zu landen aber das finde ich ein bisschen dass ich was mir damit eigentlich nur schwerer ich meine ich versuche es gerne kein problem okay ich bin gespannt wie lange dieses update dauern würde also von der partanzahl her ob das an die 50 parts rankommen würde aktuell mache ich mir sorgen dass es wirklich sonic lass den dropdash sein ich benutze diesen ab diesem dropdash nicht einmal im haupt let's play wirklich benutzt und jetzt plötzlich spammt er ihn mach ich das jetzt ernsthaft so man ich bereue es aber es geht es geht schon langsam machen sonic und langsam bitte ich lebe noch muss man das wirklich dann so machen oder was muss man denn eigentlich machen wenn man die plattform kaputt gemacht hat das ist das ist ein scherz oder ne das einfach ok ok was möchte ich jetzt machen das ist dein das mache ich nicht oh man anmerkung anmerkung das ist top 2 ich habe nicht die habe ich jetzt erwischt ok nehme ich so hin was jetzt hierauf was sonik 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 nein ich mache doch irgendwas falsch oder vielleicht vielleicht mache ich doch nichts falsch ich verstehe es ist sonik kann doch gar nicht so hoch springen wie mache ich das denn jetzt ja wohl doch sonik kann da kann er noch hoch nicht kurz vorhin es kann doch nicht schon wieder sein ja also braucht ihr übrigens dass ich da warte mal ich brauche hinge da haben wir noch mal bitte ich muss von von vorne kommen wir da ok das ist ok nein 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 noch mal von vorne so geil ich mag also ich rege mich ja gerne mal auf wenn es ein bisschen zu schwer wird aber irgendwie hat das was dün 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 ah achso ja ich mache es gerne länger als es eigentlich ist nicht durch das Loch fallen auch wenn das Loch sehr sehr ansprechend ist natürlich aber nein Ich verzichte Oh nein, da muss ich jetzt nochmal gleich Ja, nee, muss ich nicht Weil ich kickse anscheinend nicht hin Oh, das ist nicht gut Oh, das ist überhaupt nicht gut Oh Gott, nein Ich fall Nein, oh Mann, ich bin jetzt richtig Oh, das habe ich jetzt richtig Ja, also jetzt darf ich nochmal vorne machen Oh Mann, wie kann man es denn so verkacken, wirklich Mann Vor allem habe ich es nicht verdient Ich habe es nicht verdient, aber ich hätte Das Problem ist, ich habe Angst Den Sprint zu benutzen Ich habe richtig krasse Angst, weil Sonic dann sowas macht Unter anderem Anmerkung, Turm 2 Ich hoffe, ich schneide das doch einfach Warum guckst du meine Videos, wenn es dich nicht interessiert Ich leide Danke Oh, ich danke mal wirklich, dass das gerade so schön war Geht das jetzt eigentlich überhaupt noch So rein theoretisch Sind die ganzen Homing Attack Sachen wieder da Bitte Nicht, dass ich jetzt irgendwie noch sterben muss Und dann nochmal alles machen muss Oh mein Gott Oh mein Gott Wieso muss ich das jetzt noch mehrmals so machen Ich glaube, ich müsste mich einfach umbringen Aber dann muss ich nochmal alle explodierenden Boxen machen Und ich habe keine Lust auf diese explodierenden Boxen Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott What an